Ich bin hier. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich zwangsimpfen lassen bis morgen einmal, damit ich arbeiten darf in der Gastronomie. Mit dem Resultat, dass ich aufgrund von 2G von einer Vollzeitstelle auf geringfügig heruntergestuft wurde. Jetzt sind wir alle wieder im Lockdown. Ich weiß nicht, wann ich wieder zumindest in der Gastronomie arbeiten darf. Jobmäßig, alternativmäßig. Es gibt ja maximal Impfstraße. Ich bin hier, weil ich nicht diese Abo-Falle haben möchte, dass ich mich ständig impfen lassen muss, alle 3-4 Monate. Das ist alles unerforscht. Und ich möchte an meinen Freund Valit auch sagen in Comedien, schöne Grüße, ihr seid gerade auf Urlaub, eine Woche in Tunesien. Und so wie er es gesagt hat auch, das ist die einzige Sprache, die unsere Politiker zu verstehen scheinen. Und es kommt immer mehr Bewegung. Ja, Freiheit!